Halli hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von GTA Online mit dem Fluster Hallo Hallo Soll ich spielen, starten? Ähm, ja Ich starte Was ist denn jetzt? So, für den ersten Mal Ich hoffe, du stürzt, setze ich dir nicht an Ab Hm? Ich hoffe, du stürzt nicht ab Ja, hoffe ich auch Okay, ich bin bereit Okay The Clown 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 Ah, das ist das Ding, Einleitungssequenz über am Weber Ding Das haben wir glaube ich im Livestream schon mal Gonnen und dann ist es abgestürzt Ja, dann ist es bei dir abgestürzt Ja, dann ist es bei dir abgestürzt Ja Habe ich es nicht mehr gefunden und jetzt habe ich wieder das erste Mal bekommen Mhm Mhm Weil ich das machen muss, ist das für mich ein Misshörden Wenn es bei dir dann mal kommt, dann können wir es bei dir auch nochmal machen Ja Wow, kann ich gut fahren? Nur ein bisschen sensibel Nur nicht wohin Da Zu diesem grünen Teil Ja, 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 ja Von hier denn kommen wir Achso, das ist ja shit Willst du fahren oder soll ich fahren? Hm Pfff Fahr du Ja, wo ist das überhaupt? Ach da rein Wie kommt man rein? Ach toll, wo kommt man rein? Achso, das ist Ich glaube das ist oben Hier kann man rein, ja Ja Ja, es ist da oben Dann gehen wir rein Ja, genau Fahr du da Kann ich dich mitnehmen? Hm Ich bin Achtung, ich bin da da drüben, gell? Ja Nicht in mich rein fahren Ich bin ganz rechts am Ding Nicht links, links kannst du fahren Also der weitere will Ja, ich habe Angst da Gas zu geben Dass du da läufst Ja, jetzt geh ich weg Ah, ich bin hier schon Ähm Ich glaube den Leuten muss man Das Gehirn wäschen Ah, wir müssen schießen Ah, scheiße Ja toll Ja toll Wie soll man das schau Hey, die schießen uns einfach her Schätze ganz Okay, wir haben es Ich habe gar nicht gedacht, dass man das schießen muss Okay Oh Mann, wieso kann ich mich hier nicht bücken? Boah, ich bin fast toll Die schießen nicht mehr auf mich Auszeichnung, Ausdauer Ich muss wieder abhauen Kann man hier irgendwie leben Team Leben Null, also wenn du stirbst, dann bist du tot oder was? Ja Gott, oh Gott Komm heilen Heilen, heilen, heilen Komm heilen mehr So, jetzt Wir haben schon ein bisschen Ehen, wobei ich glaube ich bin So, ich habe ihn Oh nein, ich habe noch zwei Auf der Karte Ich auch Ich sehe sie fast nicht, mein Bildschirm ist zu groß Einer 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 Ja, gut Oh doch, noch eine Einer gell Oder? Nö Einer mehr Okay Halt noch Schieß den einen ab Komme, es kommen Achtung, pass auf Das bin ich Oh Hey, hilf mir, hilf mir, hilf mir Achtung, hau ab, hau ab Da, links, ja, links, 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 ja Gut, jetzt abhauen Oh, scheiße, jetzt ruft er mega an Ich schieß mal noch hinten Ich schieß mal noch hinten Sonst Mega cool man ruft mich gerade in Skype Ja, soll er aufhören anzurufen Mann, ich kann nicht schießen, so Mann, ich kann nicht schießen, so Äh, ach so, da geht's ja noch mal eins runter Ich kann nicht schießen, wieso kann ich nicht schießen? Oh Gott Keine Munition Geht's jetzt, jetzt raus Raus und jetzt nach Wieso kann ich nicht schießen? Vielleicht weil Gepanzerte Wagen Ja, ähm Das ist ja mega cool man kann und kommt genau dann, wenn wir aufnehmen Sonst ist er nie da Sonst ist er nie da Arbeit halt für zu lange oder sonst irgendwas Okay Achtung, ja Achtung, ja Ich bin erschrocken, ey, ich bin wirklich erschrocken, als ich die Leute gesehen habe Schleuschen nehmen müssen die Waffen raus Hätte man nach Wagen können, oder? Hehehe Noch einer kommt hier, Achtung Ja Und jetzt direkt eine Warnkopf nach links Da wie rein, da rein, ja Genau Und unter die Brücke links dann Hier unter die Brücke Sehr schön Da, ja Ja, super Ey, wir haben's geschafft Hey Applaus Applaus Für den Floster der vorher Hehehe Okay I'll look after this Let's go come by your place When you're ready to go Juhu Wir haben ein schönes Fahrrad Fahrzeug Du hast Bankraubüberfall vorbereitung geschafft Ich trage Basler Gold Du hast Platin sogar wegen dem Meer abschießen Ja, konnte ich ja nicht wissen Ich weiß nicht, was ist besser Gold oder Platin Platin ist besser Echt? Ja, Bronze, Silber, Gold und dann Platin Hehehe Kennst du die Medaille in Ordnung nicht? Ich kenne nur Gold, Silber und Bronze Ja Platin und Medaille gibt's sonst auch manchmal Aber nicht in jedem Sport, vor allem nicht in Olympia Hehehe So, das haben wir geschafft, kommen wir Geld rüber Oh, wie lange er das Lade geht Ja, mir lädt es noch Ja, bei mir ist jetzt eine Zwischensequenz Ich rauche! Nein, ich will nicht rauchen Ach, die Parocherei da Geh zu einem Geh zu einem Geldautomaten Wo ist Geldautomat? Geldautomat ist dein Handy, da wo du eine ganze Bank drin hast Lol Schöner Geldautomat Einzahlung Yay, ich habe über 100.000 Geld Jetzt bin ich schon mal Hey, davon habe ich nur 862 Ja, bei mir ist da auch nicht so viel 608 6800 Ach, das ist, glaube ich, auf dem Konto drauf Okay So Ähm Ich will mal schauen, ob ich ein Auto verkaufen kann Mal schauen Da unten Betrete den Ort und greife die Gangs an, um zu beginnen Es gibt dort Kisten, die Belohnungen enthalten Cool Und wo ist Der steht bei mir, ich habe hier einen neuen Rang erhöht Aha, okay Mal kurz schauen, wo ist das Komm, den Ach komm Ja, ja Hat die Klappe Ich liebe das immer, wie er so ein bisschen auf die Seite schlägt Und der andere aus dem Auto fliegt, wenn man einen klagt Uh, ich habe neue Bärte freigeschalten Neue Bärte Ich mag aber keine Bärte an mir Neue Bärte Wo ist jetzt dieses Cocktail? Da oben? Ah, sie bin schon ein bisschen zu weit Ist der hier ein Cocktail? Rüstig Formel Ähm Was ist denn der Farmer? Ja Da drüben Ah ja, da rein So Ach, diese Steuerung von diesem Dodge Charger Komm schon, gib Geld Im Ponte Phoenix Oh, nicht kaputt Sehr schön Ach komm Keine Fahrzeuge braucht Naja Ist zu wenig lang her Ich glaube, alle zwei Tage kann man eins abliefern Hm Hm Alles was machen wir sonst Eine zweite Mission hast du ja auch nicht Ich glaube, das ist dann noch ein bisschen zu schwer für uns Du hast die zweite Mission Du weißt den Tresor rein und so Wegen das Worteinheiten Ja, das habe ich glaube noch gar nicht Ich glaube ich habe nur die Felgen bekommen Ja, ich könnte eigentlich mein Auto auch mal ein bisschen weiter tunen Aber da kommen nicht nach oben Aber die SUVs sind nicht voll bescheuert Die Felgen Ja, es haben neue Felgen und ähm Fahrding ein bisschen vor Nachteil Und die Gamepad könnte ich niemals so gut steuern Aber sie ist sehr sensibel Also jetzt zum Beispiel habe ich schon recht, ähm, Ding müssen. Genau. Ja, genau so eine Verletzung. Beim recht, beim Ostlissanders, ähm, Ding Tuning Shop. Ostlissanders. So. Bin ich nicht mehr in einer geschlossenen Sitzung. Ah, aber wahrscheinlich habe ich noch bevor, weil ich ja die Sitzung wechseln musste. Ja, die ein. Ähm, lädst du mich ein oder ich tisch? Ja. Ja, mach du. Ist er abgeschickt. Hab ich bekommen. So, der Grottici da. Bisschen tune. Sonnenuntergang um 20.31 Uhr. Zeig mein Handyjahr. LOL. Bessere Panzerung. Soll ich das kaufen? Ja, sicher. Bremsen. Hab ich noch nichts. Motor. Das. Auspuff. Dreifachauspuff. Ja. Sprengstoff. Hab ich noch nichts. Seit wann gibt es den Dreifachauspuff? Beim Grotti schon. Dann musst du mir mal zwei. Scheinwerfer. Ah mein, dann ist Neon Kids. Neon Anordnung. Neon Farbe. Blau, Orange, Rot. Schwarzlicht. Es gibt sogar Schwarzlicht. Cool. Echt, Schatz? Was bringt das? Neon Kids unten, weisst du. Ja, was bringt Schwarzlicht? Es sieht einfach blau aus. Also ich würde blaues Schwarzlicht nehmen. Für Crewfarbe. Metallic. Hast du Schwarzlicht gerade drin? Sonnenaufgangsorange wahrscheinlich schon. So. Nein, ich habe es nicht, denn ich kann es noch nicht. Was verkaufen? Für 439.000. Spoiler. Carbonflügel. Ich nehme einen Carbonflügel, oder? Carbon mag ich nicht. Ich mag Carbon. Ich liebe Carbon. Vor allem auch, es ist sehr viel leichter. Ja, aber das macht bei GTA 5 auch nichts mehr aus. Ja schon, aber es sieht einfach cool aus. Reifen. Felgentyp. Nehme ich einen Tuner. Serienfelgen. Okay, hier kann ich nichts nehmen. Aber hier unten Driftmeister. Nehme ich Cosmo. Krumpffelgen. Ähm. Tuner. Felgenfarbe. Nehme ich. Blau. Oder Orange. Sieht auch cool aus. Soll ich Orange nehmen? Ich nehme das. Reifenzubehör. Tuningreifen. Lele Reifen. Lele Reifen. Grüne Reifen. Rote Reifenquam. Ist ab 65. Äh, 65. Dann nehme ich noch Tuningreifen. Ja, ich wollte rote nehmen, aber dann habe ich grün genommen. Deswegen sind meine Felgen auch grün, weil ich eigentlich rot haben wollte. So. Jetzt ist das mal... Jetzt ist gut. Haha. Jetzt sieht es schon viel geiler aus. Ich hoffe, ich kann bald dann noch besser tunen. Weil eben so viel sind noch gesperrt. Ich finde das so eine Frechern. Zeig mal deine 3 Auspuffe oder... Sieht es nicht so gut, aber... Ja, jetzt sind sie ein bisschen... Ich habe voll viel Geld. Ich habe um 40.000 Kohle Geld ausgegeben. Hä? Wo ist das? Unten da, wo Rauch rauskommt, sind die 3. Ich zoome mal. Ich zoome. Ja, es ist halt noch gerade Nacht. Oder sonst gehe ich nach vorne ins Licht. Siehst du? 3 Auspuffe nebenan. Haha. Richtig cool. Jetzt... Aber das sieht man voll schlecht. Mhm. Das ist das gleiche wie beim... Nur mit... Der hat 4, 5... Ja, ich muss den Qualm noch dann einbauen, wenn ich den roten Qualm habe. Oder sonst einen anderen Qualm. Was sieht geil als orange oder so. Ich habe ein anderes drin, also grün. Aber jetzt ist er extrem schnell. Also schon mit Tuning 1 ist das richtig schnell. Wow. Ah, ich liebe das. Ich brauche keine schnelle Autos. Ich brauche einen blitzschnellen. Ich will einfach einen, der extrem schnell ist. Ein Fahrradzeug für Offroad. Ja. Ein Motorrad für Offroad. Und ein Motorrad, um Scheisse zu machen. Also nicht Motorrad. Auto auch oder so. Einfach eins zum... Scheisse machen. Eins, was ich nicht so hochtune, dass es extrem teuer wird zum Reparieren und so. Wo ich einfach mal ein bisschen Scheisse machen kann. Oh, dieser Ausschnitt. Komm mal, schau dir den Ausschnitt aus. An. Hier oben. Ja, ich komme schon. Dieser Ausschnitt. Schade, ist vorne etwas dran. Ich mag nichts so, wenn etwas davor ist. Was ist das eigentlich hier? Kann man hier rein? Essen? Ich habe den gegen die Wand gedrückt. Kann man aber nicht nirgends essen? Ich dachte in der PC-Version wäre es so, dass manche Gebäude jetzt offen sind. Aber wahrscheinlich haben sie es doch nicht reingebaut. LOL. Hast du eigentlich nur die Fahrseite gesperrt? Was? Gibt es? Gibt es, dass man nur... Ich weiß nicht, glaube ich Optionen oder so. Ich will einfach nicht, dass man mit meinen Fahrzeugen fährt. Ja, ich auch nicht, deswegen ja. Ja eben, du musst es mal durchschauen. Ich glaube in den Optionen. Fahrzeugzugang Beifahrer. Ah ja. Hm. Ich würde es auch so machen, nur Beifahrerset. Sonst klaut dir jeder. Also, ich weiss es jetzt nicht, wenn wir Crewsitzungen machen und dann viele Crews sind, dann wird wahrscheinlich mein Auto mit Mitleidenschaft gezwungen werden. So, dann habe ich es jetzt mal ausgemacht. Wollt ihr mal dein Auto testen, wie das so fährt? Es fährt richtig cool. Also, ein bisschen die Steuerung noch hoch, aber Schnelligkeit und Beschleunigung ist saustark schon. Ah, ist das geni... Das ist zum geniessen. Es ist einfach so herrlich. Ah, in der Garage sieht das Auto noch besser aus. Hier ist schön Licht. Ah, himmlisch. Und hier sieht man die Auspuffe auch gut. Wie ist das Auto bei GTA 5? Hä? Cheetah ist das schnellste. Also, in der Garage war es das schnellste. Also, in der Homepage ist es das schnellste. Das ist Cheetah für einen Legendary Motor. Wie heisst das? Cheetah, Grotti Cheetah. Mal ein bisschen Offroad mit dem Motorrad fahren. Ah, das lebe ich auch. Hä? Was ist denn das für ein Le... Ist das ein Komet? Nein, wahrscheinlich ein... Fah... Flugzeugstreifen. Kondensstreifen. Und ich komme... Ich will nicht ans Telefon. Äh, ich finde das nur... Yay, ich bin drüber. Hier ist ein Flugzeug. Ah! Meine Mission. Ich bekoste 650.000. Okay. Für was? Hier ist ein Doktor, ne? Frau. Ich bin frech. Oh mein Gott, bin ich frech. Ich fahre... Ich fahre... Ich fahre einfach zwischen die Beine. Ich wollte doch eigentlich gar nicht so... What the fuck? Drück mal auf dein Handy, dann Internet. Wenn da Prinzessin-Robo-Bot kommt, guck's dir mal an. Okay. Okay. So. Internet. Prinzessin-Robo. Docks. Super... Super... Superauto. Ah, Süden. Ne, Webseite der Minute. Da kommt man manchmal. Ja. Finanzen-Webseite der Minute. Epsilon-Programm. Soll ich mal reingehen? Bei mir ist Prinzessin... Ähm... Der Roboter stand bei mir grad dran. Zufällig. Your new... Baby name. Sue Murray. Sue Murray ist wie sie. Sie in einem Hosenanzug. Eine Alltagsfrau. Psychotreiarbeit wäre ich mal. Ah, das ist der aus dem... Das ist aus dem Singleplayer. Ist das der? Ich brauche doch kein Psychiat. Friedlander. Hm. Was soll ich rausgehen? Glrt. Jan. Mdek. Kyo. Oko. Gas. Was soll ich da raus suchen? Denak. Keine Ahnung. Ich klicke jetzt alles mal an. Was ist denn das für ein Test? Was ist denn das für ein Test? Wie viele Worts von Amplen kannst du identifieren? Was ist Amp... 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 Amp niemals ist es beim Livestream anschauen. Amp... 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 Hast du mal einen Cheetah auf der Strasse gefunden? Was? Hast du schon mal einen Cheetah auf der Strasse gefunden? Äh, sehr sehr selten im Venewood-Ding-Bezirk, wo es die reichen Leute gibt. Yay, Arschklatsche! Ich wollte eigentlich Trieber. Aber wenn man das nicht kann... Ähm, so Trieber, dass man eine Schanze... Ja, okay. Töt mich, töt mich! Blödes Matora. Kann man nicht mal gerade nach oben fahren. Das geht morgen gar nicht. Ich will ein paar Früchte haben. Peaches! Melons! Apples! Berries! Irgendwas! Cocker-Dings-Bunks! Äh, ich hole einen Hubschrauber, dann mache ich. Ich will eine Chance finden oder so etwas. Ich will ein bisschen Monster-Stanz machen. Weißt du was Novo mich gerade gefragt hat? Was? Darf ich in der Stadt Blut verlegen? Blut? Ja, stand dran! Oh mein Gott, kann man nicht mal dazwischen fahren. Kann man nicht mal in Ruhe in GTA 5 zocken, dann nervt uns ja schon. Ja, leute. Da ist jetzt mein Motorrad da vorne. Ich hoffe, mein Geld liegt noch. Warte, hab ich alles Geld abgegeben. Man sieht das Geld leider nicht so gut. Ich habe kein Geld hier. Oh, ich wurde abgeschossen. Ich weiß aber nicht von was. Loll, einfach so. Von Bullen. Ich habe zwei Sterne. Okay. Ich weiß aber nicht was ich gemacht habe. Bist du auch gestorben? Ich glaube die Bullen mögen mich nicht. Oh. Du bist doch ein armer, armer, armer Teufel. Okay. Ja, so kann man auch nicht rauf. Wieso ist alles so steil hier oben? Ich will doch mal ein bisschen schanzen. Hier ist alles umzäunt. Ja genau, so kaputt machen. Wenigstens kann man den Sound kaputt machen. Ja, hier ist ein gutes. Ach komm. Man kann nicht mehr kontrollieren. Mein Motorrad stinkt langsam. Voll total schade. Ach schade, nicht gut erwischt. Ja sicher. Man kann auf dem Motorrad nicht mal richtig landen. Ist man schon tot. Ach man, das ist ein bisschen zu realistisch. Du musst doch mal in Ruhe zocken. Ja, die haben alle Schweine getötet. Ja, wow. Schlimm. Dann sorgt dafür, dass wieder Schweine reinkommen. Ja, ich zocke jetzt. Okay. Dann schreibst du mir mal nachher. Auf Ramm. M. Con ruft mich an. Oh, ich muss mein Motorrad langsam wieder zurück bringen, sonst explodiert es da noch. Mir kommt alles so bekannt vor irgendwie. Die ganze Stadt, aber trotzdem ist sie sehr für wen. Vielleicht habe ich zu viel GTA San Andreas gespielt. Oh, hier haben wir Unterbretten. Macht schon Spass. Ich glaube, die wissen nicht mal, dass es Ding gibt. Äh, Zeitzonen. Wir sollten ein bisschen Werbung machen auf Schildern und so. Hm. Ich muss es hier rein, okay. Es ist hier am Boden kaputt, genau. Aber der liebe Gamer ist ja so nett und erklärt alles, was wir haben. Oh, ja, ist sehr nett. Typ. So, wollen wir noch etwas kurz machen? Oder, ja, Part ist eigentlich jetzt schon recht lang. Ja, ich nehme gerade, ich nehme gerade einen Hubschrauber, gehe auf den Hochhaus und schieße mit meinen, äh, Sniper Leute ab. Hm. Wenn du mitgeben willst, viel Spaß. Nein, ich band jetzt den Part langsam. Okay. So. To remember. Ha, Ali Di Napoli. To remember. Ich gebe dir mal eine Feist, dann hast du Ali Member. Das sieht so aus, als er hätte 20 Schläge im Space Gap bekommen. Hm. Meine Augen will ich nochmal kurz anschauen. Achtung. Schau. Oh. Schön errasch. So. Jetzt muss ich so also kurz AFK und hier wenden. Dankeschön fürs Schauen. Hat richtig Spaß gemacht heute. Tschüss.